Ist eine Infektion mit dem Coronavirus nach der vollständigen Impfung nicht nur unvermeidlich, sondern auch sinnvoll? Aktuell ist die Impfung die wichtigste Waffe im Kampf gegen die Pandemie. Laut dem Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, ist eine Infektion mit Covid-19 nach der vollständigen Impfung der beste Weg zu einer echten Immunität. Er selbst möchte sich daher sogar bewusst infizieren. Zudem sieht er in der Infektion keine große Gefahr für gesunde Erwachsene, die einen vollständigen Impfschutz haben. Für andere Bevölkerungsgruppen sieht es jedoch anders aus. Sicher ist, dass eine Infektion nach der Impfung durchaus zu mehr Antikörpern führen kann. Allerdings gibt es hierzu auch kritische Stimmen. Dr. Georg Christian Zinn, Direktor des Hygienezentrums Bioscientia, sieht Drostens Vorschlag äußerst kritisch. Seiner Meinung nach gibt es dazu noch zu wenig Studiendaten, um mit Sicherheit sagen zu können, dass eine Infektion nach doppelter Impfung wirklich Vorteile biert. Dr. Georg Christian Zinn, Direktor des Hygienezentrums Bioscientia